Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zum Literarischen Adventskalender. Heute mit der 11. Geschichte, denn heute ist der 11. Dezember. Und vielleicht geht es heute, wie ich gestern angekündigt habe, um die Arbeiter der 11. Stunde. Wir werden sehen, es ist eine wunderbare Geschichte von Fabian Vogt. Und sie heißt Nikolausigkeit. Und ich lese sie im Gemeindehaus in Schneithain. Und Schneithain, das liegt direkt im Taunus und da weiß man noch, was nikolausige Kälte wirklich bedeutet. Freut euch also auf die Geschichte. Ein eisiger Windrauch ließ mich zusammenfahren. Es roch nach Schnee und meine Tochter schaute mich ziemlich gehetzt an. Du, Papa, ich muss wieder rein, damit die Kinder nichts merken. Am besten stellst du dich hinter die Tanne hier. Warte mal, oh, das ist blöd. Sie drückte mich energisch nach hinten. Ja, du musst dich eng an den Zaun lehnen, sonst guckt dein Bauch raus. Ich seufzte. Sag mal, Charlotte, was denkst du, wie lange ich hier im Garten rumhängen muss? In der Kälte. Ich meine, es sind minus drei Grad. Und es zieht wie Hechtsuppe. Außerdem kann man ja unter diesem dämlichen Nikolauskostüm leider keine Winterjacke anziehen. Soll ich dir was sagen? Ich, meine Zehen sind jetzt schon schockgefrostet. Meine Tochter schaute auf die Uhr. Es ist fünf vor sechs und es fehlen nur noch zwei Freunde von Tobi. Die müssten aber jeden Moment hier sein. Sobald alle im Wohnzimmer sitzen, gebe ich dir das vereinbarte Zeichen. Und dann kommst du mit einem kräftigen Ho, Ho, Ho durch den Garten zur Terrassentür gestapft. Ich rollte mit den Augen. Wie soll ich denn dein Zeichen sehen, wenn ich mich hinter diesem Baum quetschen muss? Charlotte schüttelte sich. Da, du hast recht. Es ist echt ganz schön kalt hier draußen. Pass auf, wenn es so weit ist, gehe ich hoch in den ersten Stock, öffne das Fenster im Bad und arme den Ruf eines Kreuzchens nach. So. Sie legte die Hände an den Mund und gab ein Geräusch von sich, das nach einer asthmatischen Seekuh klang, die ziemlich bald verenden würde. Ich unterdrückte ein Lachen. Ist gut. Das werde ich vermutlich erkennen. Und jetzt sag mir bitte nochmal, warum muss ich bei diesem Mistwetter durch euren vermatschten Garten hüpfen? Obwohl ihr eine Eingangstür habt. Wäre die nicht deutlich einladender für den Überbringer der Nikolausgeschenke? Meine Tochter legte die Arme um ihren Oberkörper, um sich zu wärmen. Tobi hat mich halt neulich gefragt, wie der Nikolaus zu uns kommt. Und da habe ich ihm dummerweise erzählt, dass der Nikolaus mit seinen Schlitten direkt da hinten auf dem Feldweg landet. Ja, das war blöd improvisiert. Aber jetzt hat er all seinen Kumpels aus dem Kindergarten erzählt, dass es bei uns ein großes Nikolausfest gibt, bei dem der Nikolaus quasi wie ein Superheld auf geheimnisvolle Weise in unserem Garten auftaucht. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange. Nein, toll, dass du ihm als sein Opa diesen Wunsch erfüllst und den Nikolaus für ihn spielst. Das wird er bestimmt dein ganzes Leben nicht vergessen. Und dich bringt es nach dem Tod von Mama auch mal auf andere Gedanken. Nein, diesen Abend werde ich auch nicht vergessen, dachte ich, als meine Tochter davonlief. Und ich fing direkt an zu zittern. Es war so dermaßen frisch hier im Freien. Außerdem bestand der blickdichte Zaun zum Nachbargrundstück aus Metall, sodass ich mich genauso gut gegen ein Iglu hätte lehnen können. Grauenhaft. Langsam kroch die Kälte unter meine Kleider und fraß sich in meine Haut. Ich versuchte vorstlich, meine Arme warm zu reiben, aber ich wollte natürlich auch nicht, dass mich die Kinder durch die Terrassentür entdeckten. Jetzt fing es zudem unter dem Polyesterkostüm schrecklich an zu jucken. Oder waren das möglicherweise Zecken? Nein, für Zecken war es eigentlich zu kalt. Aber schon, weil ich das Wort Zecken gedacht hatte, fühlte es sich plötzlich an, als ob überall an mir irgendwelche Insekten entlang liefen. Ach, da, war das der Ruf eines Kreuzchens? Ja, nein, leider nur ein fernes Quietschen von Bremsen. Ich versuchte, meine Hände zu wärmen, indem ich mehrfach in sie hineinpustete. Dann schaute ich auf die Uhr. Ja, ich stand schon acht Minuten hier. So ein Müll. Bei aller Liebe zu meinem Enkel. Aber wenn ich die nächsten vier Wochen wegen einer Blasenentzündung im Bett verbringen muss? Papa! Ich zog der Erschrockung zusammen, weil ich vor lauter Pusten nicht gehört hatte, dass ich meine Tochter gelehrt hatte. Ja, was ist denn? Jonas, der beste Freund von Tobi, steht im Stau. Also mit seiner Mutter. Die hat gerade angerufen. Es dauert höchstens noch eine Viertelstunde. Was? Charlotte, echt? Ich kann nicht. Ich kann jetzt schon ganz... Verstehst du das? Das geht doch einfach. Papa, bitte. Du schaffst das. Tobi ist total himmelig. Wenn du sehen könntest, will sich die Jungs vor lauter Aufregung die Nasen an der Terrassentür plattdrücken, weil sie so gespannt sind. Du machst ihnen eine Riesenfreude. Sei ein braver Nikolaus. Ach, du bist gleich. Charlotte, weg quasi. Es gibt Leute, die behaupten, die Hölle wäre heiß. Ich halte das inzwischen für eine Lüge. Nichts ist quälender und grausamer, als wenn man fast gefroren in einem Garten steht und nicht weg kann. Da braucht es nicht mal einen Teufel dafür. 15 Minuten, das kann sich anfühlen wie die Ewigkeit. Ach, was? Noch viel länger. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich meine Zehen nicht mehr spüren konnte. Um wenigstens meine Hände zu retten, fing ich wieder an, sie verzweifelt zu beatmen. Und bei jedem Ausatmen kam ein trauriges, trockenes Röcheln aus meiner Kehle. Einatmen, pusten. Einatmen, pusten. Ist da jemand? Eine leicht gequetschte Stimme drang durch den Zaun. Ich schwieg, weil ich wusste, dass die Kinder an der Terrassentür den Garten genau beobachteten. Da ist doch jemand. Ich habe gehört, wie sie atmen. Was machen sie im Garten unserer Nachbarn? Ich flüsterte. Psst. Psst, seien sie doch leise. Doch die Frau wurde immer lauter. Ich denke nicht daran. Ich kann sie zwar nicht sehen, aber hören. Los, gehen sie zum hinteren Ausgang des Gartens, damit ich weiß, wer sie sind. Nein, das geht nicht. Ich zähle jetzt bis zehn. Dann verschwinden sie da. Verstanden? Nein, ich bin der Nikolaus. Was? Na, verarschen kann ich mich selber. Sie werden sich noch wundern. Ich hörte, wie sich auf dem Nachbargrundstück energische Schritte entfernten. Ganz toll. Vermutlich würde die Frau jetzt ihr Schrotgewehr holen und mich durch den Zaun erledigen. Super Schlagzeile. Nikolaus hinter Tanne hingerichtet. Schrecklicher Irrtum. Vielleicht hätte ich hier einen Schokoriegel zuwerfen sollen. Papa. Ach, ich schlag schon wieder zusammen, als meine Tochter überraschend wieder neben mir stand. Charlotte, hast du deine Nachbarin über unsere Aktion informiert? Sie hat mich entdeckt. Meine Tochter machte eine wegwerfende Handbewegung. Ach, die regt sich immer künstlich auf. Ich habe den Kindern gesagt, dass ich gucke, wo du bleibst, aber ein paar Minuten dauert es noch. Jonas ist jetzt da. Dafür hat Felix gemerkt, dass er sein Laserschwert vergessen hat und ist noch mal kurz nach Hause. Der wohnt aber um die Ecke. Ich konnte inzwischen kaum noch sprechen. So bibberten meine Lippen. Wapp. Ein Läbbeschwerb. Ich hole mir hin. Du Läbbeschwerb. Charlotte nickte. Kinderseelen sind sehr empfindlich. Sieh mal, wenn Felix sein Laserschwert nicht hat, dann kann er den Besuch vom Nikolaus nicht genießen. Und er tut sich ohnehin mit vielem so schwer. Seine Eltern haben sich vor kurzem getrennt. Sie nickte mir aufmunternd zu. Jetzt stell dich mal nicht so an und sei nicht so streng als Nikolaus. Kaum war sie wieder weg. Stiegen in mir seltsame Bilder auf. Ich sah von meinem inneren Auge, wie nach und nach meine Gliedmaßen einfach abbrachen, weil sie gefroren waren. Erst der eine Arm, dann der andere, Stück für Stück. Ich bemühte mich als Rettungsmaßnahme intensiv auf der Stelle zu treten, aber meine Füße gehorchten mir nicht mehr richtig. Vermutlich würde das mein Ende werden. Sie würden mich finden. Tiefgekühlt in einem billigen Nikolauskostüm aus Plastik und mit dreckigen Stiefeln. Die Minuten verstrichen. Und als meine Zähne immer heftiger aufeinander schlugen, raunte etwas in mir. Lass dich jetzt einfach auf den Boden sinken. Klammere dich nicht mehr ans Leben. Es ist vorbei. Daraufhin breitete sich ein tiefer Frieden in mir aus. In dem Moment, in dem ich endgültig aufgeben wollte, hörte ich die Seekuh. Also den Ruf des Kreuzchens. Oh, 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 oh. Fast reflexartig taumelte ich hinter dem Baum hervor und schwankte Richtung Terrasse. Da enthüllte ein schneidender Ruf. Stehen bleiben! Polizei! Durch das Gartentor kamen zwei Beamte, eine Frau und ein Mann mit gezückten Dienstwaffen im Anschlag auf mich zu. Ganz ruhig! Parallel dazu sprang die Terrassentür auf und eine Horde kleiner Kinder rannte auf den Rasen. Tobi vorneweg, der lauthals rief. Nikolaus! Nikolaus! Endlich! Du! Da bist du ja! Aber warum hast du die Polizei mitgebracht? Ich wollte antworten. Doch vor lauter Kälte versagte mir die Stimme. Einen Augenblick schien auch die Zeit wie gefroren. Dann trat die Polizistin einen Schritt nach vorne, schaute mich fragend an und sagte zu den Kindern, eure Nachbarin hat sich Sorgen gemacht, dass der Nikolaus nicht rechtzeitig zu euch kommt. Und ihr wisst schon, wegen der vielen Staums, da haben wir ihn eben mit einer Polizei-Eskorte hierher begleitet. Alle zogen wir Richtung Haus und die Bespaßung der Kinder konnte beginnen. Eine Stunde später lag ich mit zwei Wärmflaschen auf der Couch meiner Tochter. Immer noch bibbernd, aber ohne mein Kostüm, das ich nach meinem Auftritt direkt in die Mülltonne entsorgt hatte. Dafür ziemlich glücklich. Die Kinder hatten mit großen Augen zugehört, als ich ihnen erzählt hatte, dass der Nikolaus den Menschen schon immer gerne geholfen hat. Dass es ihm wichtig ist, dass alle glücklich werden können. Und dass sie erfahren, dass Gott sie liebt. Weil diese Liebe noch viel bedeutender ist als alle Schokolade der Welt. Und jetzt schaute ich zum zehnten Mal auf die Visitenkarte, die mir die Polizistin in die Hand gedrückt hatte, als sie später nach meinem Namen gefragt hatte. Rüdiger? Bist du der Rüdiger, der damals mit mir in der Tanzschule war? Ich bin die Sabine. Erinnerst du dich nicht? Boah, und wie ich mich erinnerte. Natürlich, Sabine. Sie grinste. Damals hast du ja nicht getraut, mich mal auszuführen. Na, vielleicht wagst du es ja jetzt. Doch während ich noch überlegte, ob ich es wirklich wagen sollte, sprang Tobi auf meinen Schoß. Sag mal, Opa, vorhin war ja der Nikolaus da. Echt cool. Nur eins verstehe ich nicht. Der hat doch einen fliegenden Schlitten. Wieso braucht der im Stamm eine Polizeieskorte? Ja, das sind die wirklichen Fragen des Lebens. Aus berufenem Kindermund gestellt und aus diesem Buch vorgelesen. Weihnachtswundernacht Band 6 vom letzten Jahr von 2017. erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Und diese Geschichte war von Fabian Vogt und gelesen, wie immer, von Micky Wiese. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Nachmittag. Die Sonne scheint. Und ich freue mich drauf, morgen die letzte Geschichte aus diesem Band vorzulesen und dann übermorgen mit dem diesjährigen Band von Weihnachtswundernacht, dem Band 7, anzufangen. Sarah, Sarah, du guckst zu. Grüß dich. Liebe Grüße. Also dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.